Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, Moment mal, wir können auch eigentlich mal zu den anderen dann nach oben gehen und denen Bescheid sagen. Geldern ist auch frei zu den Rebellen hier oben. Fällt mir gerade so ein. Ich wollte eigentlich schon in Richtung Fahring gehen, aber können den Rebellen einmal hallo sagen. Worausgesetzt ich könnte den Weg wieder nach oben. Ich glaube hier war entweder Nemora oder Okara. Komm ich will da hoch. Held, da schaffst du noch ein bisschen springen, noch ein bisschen, ja? Gleich hast du es. So. Hier ist die Straße. Was müsste eigentlich, ich glaube hier bei Okara. Hier irgendwo oben. So, da sind zwei Vargs. Drei Vargs. Gegen die bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir trotz der Pallerrüstung ankommen. So. Können wir hier auch vielleicht ein paar Sachen verkaufen. Wem konnte ich noch was? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, der hat ja auch jede Menge Spott. Hier haben wir nichts mehr für ihn, aber hier das. Die Dinger, das, 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 das. So, die Dinger können wir auch nicht gebrauchen, dann darf er die haben. So, Skelettbeschwören, nee, Blitzbeschwören. So, Heilung, Fernheilung, Feuerball, Flammenwelle. Direkt im Zug ins Palast. Hier, die Verwandlungstränke brauchen wir nicht. So, Gegengifte brauchen wir eigentlich auch nicht. Krankheiten brauchen wir auch nicht, also Krankheitsheilung. So, wir haben wieder zweimal Gift. Perfekt. Sonst alles dann behalte ich erst einen, obwohl wir haben zu viel Schnaps. Wir sind schon bei 320.000, wie, ja, gut. Hier, das brauchen wir nicht. Da, 1, 2, 3 weg. Klauen, weiß ich, Krug brauchen wir nicht. So, die Schatullen können weg. Die Schatullen können weg. Eine Schaufel weg. Die Schläge brauchen wir nicht. Dann Schmiedehammer 1, 2, 3, 4, 5, weg. So, Goldene Ringe können weg. Pannen, 1, 2, 3, dann Pannen weg. Was können wir noch verkaufen? Hier, Schwefel brauchen wir nicht. So, Schwarzen Rober brauchen wir auch nicht. So, Schmuck kann weg. Dann Schürhaken kann weg. Die Pokale können auch weg. Hier, die Goldpokale können auch weg. Die können wegkommen. Hirschgeweih behalten wir mal. Leere Flaschen. Weg. Ich würde sagen, reicht, passt. Ähm, Carlin? Gut, zeig mir die Wüste, ne? Der braucht mir nicht die Wüste zeigen. So, Rebell. Dudley. Warte mal, wo ist denn der Weg nach oben? Da ist der Weg nach oben. Wir wollen zu Russell, dem Chef. So, Russell. Geht ihm nicht. Bring mir was über die Jagd bei. So, Rockjäger. Dazu bist du noch nicht bereit. 50 Punkte fehlen mir, okay. Ja gut. Ich hatte gehofft gehabt, ich kann hier was erzählen. So, das haben wir überlebt. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, Stärke sind wir schon bei fast 260. Gerd geschickt auf 175. Also dafür brauchen wir 225. Stärke müssen auch 300 kriegen, irgendwie. Im Grunde könnten wir schon fast alles hier schon lernen. Also machen. So, Alterswissen hätten wir auch genug für Paladin. Nur Regeneration, das können wir noch nicht von Kampftalenten. Hier bräuchten wir Diebeskunst. 90, wir haben 61. Ne, 100. Dem gefällt mir das Ganze und gar 80. Okay, Diebeskunst müssen wir auch ein bisschen höher machen. Hier, Alchemie 80. Alchemie sind wir auf 90. Warte mal, scharfe Pfeile herstellen können wir noch nicht? Ich weiß nicht, ob du... Vor allem hier steht gar nichts, was ich dafür brauche. Hier, Schmiedekunst. Passt, also Schmiedekunst sind wir sogar ein bisschen drüber als das, was wir bräuchten. Drei Punkte drüber. Das hier haben wir gar nicht gemacht. Mal gucken, wie wir das genau hinkriegen, balancen werden. Jetzt treffe ich den gar nicht. Was soll denn das? Der haut mir aufs Maul, aber ich treffe den nicht. So, einmal kurz was fordern. Jetzt steckt er da fest. Ach, waren hier doch nur zwei? So, das nehmen wir auch noch mal mit. Okay, äh, dann wollen wir eigentlich weiter Richtung Fahring, ne? Oder wollen wir direkt nach Vanguard und da mal die Orks dezimieren? Das ist die falsche Richtung. Ich wollte die Richtung. Gleich zuerst die Orks, die da vor der Mauer sind, ausschalten. In der Nähe von Aadea. So, ich esse noch mal was. Ach komm, wir laufen durch Traylis. Die Rebellen kenne ich hier gar nicht. Wir sind schon wieder bei 110 Energy Drinks, also Ausdauertränken. Weißt du was? Wie, wir können das ja jetzt mittlerweile. So, gibt es noch irgendwo einen, ne? Ich höre aber noch einen, wo? Da! So, und du auch. Da! So, da hinten gab es irgendwo eine Blutfliege. Wo waren die? Ich höre hier noch irgendwas anderes. Ganz leise höre ich hier noch irgendwas. Und was habe ich gehört? Und von wo kam das? Ach, hier ist die Blutfliege. Oder war es die Blutfliege, die ich gehört habe? So, einmal speichen und gucken, ob wir schon in der Lage sind, äh, die Ripper dort auf die Schnelle umzulegen. sind zwar drei Stück, aber ich weiß jetzt nicht. Okay. Geht schon relativ schnell. Da ging es sehr schnell. Ich bin jetzt ein bisschen stolz drauf. So. Achso, das ist nur ein Kristall, den ich nicht einsammeln kann. Da haben wir noch eine Blutfliege. So, die Frage ist jetzt nur, Wo gibt's noch Orks? Abgesehen jetzt vor Vengard da, vor der Barriere, in der Nähe von Ader. Und halt in, äh, Fahring. Und halt in Nordmar überall irgendwo verteilt. Wo gibt's noch welche? So, was? Was ist da? Ah ja, doch, doch. Den Weg kenn ich doch. Komm, wir gehen ja... Ach. Ne, wir müssen da lang, ne? So, und hier müsste auch schon einiges wieder respawn sein. Dann gehe ich mal von aus. Es sei denn, die Spawn nutzen eine gewisse Menge an, äh, wieder nach, sag ich jetzt mal so. Dass, dass das Spiel irgendwie, äh, die Programmierer gesagt haben, so, der Wildschwein hier an der Stelle, der darf nur 15 Mal insgesamt, äh, respawnen und danach gibt's nicht mehr. Hör bloß auf mit der Scheibe. Und es kommt noch schlimmer. Forgan? Heile meine Wunden. Heile meine Wunden. Adonis Licht erleuchte diesen Körper. Nice. So, ähm... Mehr kann er aber nicht beibringen. Also, was ich haben will, meine ich jetzt. An Stärke und sowas. So. Hier gibt's aber auch nichts mehr. So. Noch ein Energy. Okay. So, was ist mit ihm hier eigentlich? Dominik? Wenn ich ihn töte, sind die dann befreit? Die Sklaven? Ah, hier gibt's wieder einen neuen. Da! Da! Der hat dann gar keinen Schaden gemacht. Oder? Hat er Schaden gemacht? Nein, der hat gar keinen Schaden gemacht. Äh, da war ein Ruckler. So, da gibt's auch keine neuen Goblins. so, dann will ich eigentlich anfangen, hier, äh, um die Barriere alles frei zu machen. Oh, Mann, ich höre hier was. Gibt's hier vielleicht eine Höhle, die ich nicht gesehen habe? Ne, hier geht die Straße ja weiter. Und irgendwann, ich schwöre, dass irgendwann Finn wachsah das aus. Der Tag wird kommen. Vielleicht Folge 300 oder so. Aber irgendwann Finn wachsah das aus. Aber irgendwann Finn wachsah das aus. So, Vanguard. So, was ist mit dir, mein Kleiner? So, was ist mit dir, mein Kleiner? So, ich will den Nuten. So. So, ich will den Nuten. Dann haben wir den jetzt auch nochmal. Dann müssen wir das ganze Fleisch wieder putzeln, was wir eingesammelt haben. Ah, Volpi. Und hier gibt's wieder Doros. Nice. So. So. Dich nehme ich auch nochmal weg. Nein, hör auf zu ruckeln. Hat jetzt aber nichts mit OBS zu tun gehabt, ne? Haben wir da schon drin, ne? Wir können aber eben rutzeln, ne? 35 Fleisch haben wir. 108 Fleisch haben wir jetzt insgesamt gebraten. So, ich speichere mal. Ich glaub, da waren wir noch nicht drin. Also, wir hatten mal versucht. Dann sind wir geflohen. Aus irgendeinem Grund. Und? Ah, ja. Deswegen. Da war ja was. Will der mich verarten? Weg mit dem Zombie. Da. 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 Okay. Hier muss ich einmal ganz kurz raus. Und einen Heiltrank nehmen. So. Ja. Da. 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 so alle erledigt haben wir wieder ein bisschen zum sammeln nein nicht das feuer darf ich nicht mehr noch ein halter angeben ach hier ist noch einer noch zwei drei vier doch doch ein bisschen mehr nein nicht der ich renne mal kurz raus oder ein bisschen weiter hierhin einmal speichern so wo kommt die mumie her warum haben die hier eine mumie hier wir haben zu boxen alter ich glaub nicht dran werde ich boxer hier erledigt und noch mal was fordern und dann können wir speichern sonst haben die hier nichts was ist das felsnässe so machen rostiges schwert gibt es noch was nagelkeule und noch ein bisschen kröten muss perfekt hat man ist der letzte so muss das jetzt dunkel sein ich sehe nichts machen wir eine fackel an wenn wir was sehen so was gibt es hier wird viele schätze so und was haben wir hier eine helle bade und noch ein felsnässe perfekt aber interessante grabhöhle so schild und schwert haben wir wieder und noch nur noch ein dodo noch ein dodo So, ich speichere einmal, ich weiß jetzt nicht, wo die genau stehen, also da ist ja ein bisschen Zeltlager. Die sind hier alle rot. Mal gucken, von welcher Seite wir anfangen. Das Spiel ruckelt mir einfach zu viel. So, komm mal her. Hier können wir campen, ja? So, der zählt aber auch schon als tot. Wir kriegen auch wieder unendliche Ork-Waffen hier wieder. Das sind aber auch sehr viele hier. Ja, komm mal her. Ich nehme euch alle ein nach den anderen auseinander. So. Der nächste bitte. Da habe ich schon einen Anführer gesehen. Toll, in dem Moment, wo ich trinken wollte, haut er wieder ab. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. So, den haben wir auch erledigt. Der nächste bitte. Der Kampf wird nicht lange dauern. Okay, gegen zwei könnte ein bisschen schwierig werden. Warte, komm, wir versuchen mal den da. Ja, du bist stehen geblieben, ich warte drauf. So, jetzt habe ich zwei wieder angeloppt. So, jetzt erst mal in der ganzen Welt geht. Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt kommt mir auf, was ihr denkt mal hin. Da, 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 da. Yo, okay. Das stimmt. Ja, ja. Da, das stimmt. aber geschafft jetzt muss ich zwar halbrenken nehmen aber wir haben es geschafft so kurs war und kurs pach guten alten gothic 1 waffen in gothic 2 hießen die ja schon irgendwie anders du wirst sterben wenn du das meinst und dahinten die checken einfach nix finde ich aber schön komm her mich hat er auch einmal erwischt so einmal kurz snacken ok dann erst ein anführer und dann den anderen ok das wird ein bisschen schwieriger so die sind weit genug und bleiben sogar zum glück stehen so immer dieser fällt ja nie so Den haben wir auch geschafft. Perfekt. So, einen Heiltrank hat er. Perfekt. So, und wieder snacken. So, das speichere ich auch noch einmal. So, drei Orks sehe ich da noch. Abgesehen von dem hier, der jetzt auf uns zukommt. So, der hatte schon einiges mehr drauf. Wieso kann ich den nicht duten? So, ich wollte schon sagen, warum konnte ich den jetzt nicht duten? So, vielleicht einmal kurz abwarten, bis Dings auch voll ist. Nochmal speichern. Wenn die Ausdauer voll ist. Jetzt wirst du blut. So, komm her. Ja, super. Ah, jetzt kommen sie alle, oder was? Ich warte, bis die da hinten weg sind. So, du willst jetzt auch Stress kommen. Ja, da müssen wir auch mal nützt. Wir wollen den Schwungangripper nutzen. Den hasse ich. So. Dann hier auch noch mal alles mitnehmen. Sonst habe ich hier alle gelootet. Schon, okay. dann passt das ja da kommt ein essig noch jetzt ist die frage wir sind noch hier da sich wieder zwei nach einer der von jetzt mit sowas da ist er ja so passt wir haben hier nichts drinnen da kommen schon die nächsten zwei ok lasst mir raten die heißen einfach nur so wer ist der nächste ich habe die ganze die erwartung dass der da sich umdreht und zu mir wieder alles mitnehmen vielleicht muss ich den so auf mich aufmerksam machen ja natürlich der muss jetzt so kommen natürlich kommen jetzt die anderen auch noch dazu bin ich noch in seiner reichweite ne okay das passt ich dachte da wäre jetzt ein feldherr mit bei ich bin jetzt die vier Orks die da chillen so euch beide mache ich auch noch fertig So, wieder Energy Drinks. Soll ich mit so vielen Energy Drinks jetzt ernsthaft? So, nochmal was fordern. Und speichern. Speichern. Aber wir kriegen heute noch frei, oder? Ich bin die Mutter. Das ist okay. Keine Ausdauer. Einen Moment. Dem Ausdauer tanken. Jetzt. Nice. So macht man das. Wo ist der andere? Da ist er. Ja. Wo ist seine Waffe da? So. Und nochmal was snacken. Der Kampf wird nicht lange dauern. Wenn du das meinst? Bleib stehen, Mocha. Okay. Recht hat er ja. Es ist nicht lange gedauert. Du bist kein Gegner für mich. So. So. Jetzt ist nur noch der da. Er darf jetzt nicht zu seiner Waffe greifen lassen. Ja, haben wir geschafft. So, halt dran und jetzt essen. So, alles mitnehmen. Hier auch nochmal. So, hier ist dann also der Weg jetzt frei. Hier ist der Weg frei. Perfekt. So, hier ist der Weg, wenn wir ganz nah kommen. Die Erfahrung hatte ich schon. Okay, das speichern wir. So, wenn wir da jetzt. Wenn wir da jetzt nach. Da hingehen. Da ist mir dann erstmal eine Blutfliege natürlich. Was denn auch sonst. Ja, komm her. Komm her. So, den haben wir. So. Was denn mit dir? Habe ich zu Orgsgesund. Okay, die nächsten beiden. Dumm und dümmer sind da. Obwohl. Dumm und dümmer glaube ich, wird er jetzt nicht. Ich bin nur derjenige ohne Ausdauer. Aber geschafft. Ohne drauf zu gehen. Bis jetzt. So, wo sind die besten Waffen? Lagen die nicht irgendwo? Haben schon allein gesammelt? Ich weiß es nicht. Aber wieder essen. So, und speichern. So, und speichern. Der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen, Morat. Ja, kommt her. Hier können wir kämpfen, ungestört. Okay, wenn die von hinten angreifen. Ist dann ein bisschen doof. Okay, wie hat der mich jetzt so getroffen? Ja, aber okay. Wäre auch an sich sonst langweilig, wenn die absolut gar keinen Schaden machen würden. Eine leichte Herausforderung muss ja sein. Okay, wie viele sind denn da? Natürlich muss der mich jetzt erkennen. Also sehen. Bleib stehen, Morat. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele hier sind. Ich werde dich zertreten, wie einen Wollen. Ja, das darfst du gerne versuchen. Von hier hinten. So, haben wir auch erledigt. Der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Bleib stehen, Morat. So. Ah, da kommt schon der nächste. Verdammt. Der hat mich schon gesehen. Oder der hat mitbekommen den Kampf. Ach, der heißt Morat. Das heißt, der ist gleich schnell erledigt. Wieso? Wieso hat er nicht den Schild gemacht? Ich dachte, er wird schnell erledigt, aber wir haben den Schild nicht gemacht. Wie weit kann ich ihn hier entlocken? So. Ist das weit genug? Noch nicht ganz. Ah, okay. Hier trifft er mich schon. Aber das ist auch weit genug von den anderen. Toll, jetzt kommt der Nächste. Jetzt kommen sie alle. Jetzt habe ich ein Problem, wenn sie jetzt alle kommen. So, oh, ich bin zu weit, aber egal, mal gucken, wie weit die jetzt weg sind. Dann haben wir den jetzt auch. Wo ist der Ork von Forchen? Hier. Ach, hier, den haben wir auch noch nicht. So, nochmal was puddern. Ich würde hier jetzt vielleicht nochmal kurz speichern. So, weh, kann ich noch anlocken? Ist hier dann eine Goblinbeere? Jetzt gehörst du mir. Bleib still, Moran. Na, komm hierhin. Hier können wir kämpfen. Die paar Meter. Das sind vier Schritte für dich. Eins, zwei, drei, vier. Siehste? Mit Moran hat man nichts als Ärger da, glaube ich. So, was ist mit dir? Komm, fällt her. Dich mache ich als nächstes. So. Hand, die sie füttert, die Faust, die sie schlägt. Können, glaube ich, nichts anderes sagen, ne? Na, komm hierhin. Ähm. Besser so, als wenn der jetzt irgendwie dadurch die anderen auch noch anlocken würde. Ja, toll. Jetzt haben wir ein Problem. War der gerade in A-Pose? Der geht immer wieder in A-Pose. Ja, jetzt kommen da die Nächsten. Natürlich. Ach, zwei Speer. Ich bin jetzt. Jo, beide auf einen Schlag. Wie geil. Beide auf einen Schlag. Das war jetzt nice. So, das nehmen wir auch noch mit. Dann ist da vorne nur noch einer. Na, komm, wir nehmen nochmal einen Halt, danke. Und dann vielleicht so eine Fleischwanze. So, das speichere ich jetzt. Das fand ich jetzt nice. Beide Speer auf einen Schlag. Beide Speer auf einen Schlag. Ich höre da noch mehr Orks. Da sind auch noch viel mehr. Ich höre da. Dein Maul, sagt er. Du wirst sterben. Also, bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Okay, der hat, was Verteidigung angeht, mehr drauf gehabt. So, nochmal speichern. So, das wird dunkel. Kann ich hier einfach fennen gehen? Das ist ja am nächsten Morgen. Frisch aufgewacht und so. Frisch gestärkt. Noch einmal hier alle erledige. Da sind noch einige. Komm, das machen wir auch ein bisschen länger, dann. So. 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 Ich werde dich töten. Das sind aber schon einige. Das sind wirklich viele Orks. Ich finde schlimm, dass der mich gesehen hat. Bleib stehen, Mama. Dein Kopf gehört mir. Auch wieder alles mitnehmen. So. Was ist mit dem? Ja, natürlich muss das so einer sein. Okay. Okay, der kann mich da nicht sehen, also. Äh. Ist das auch noch ein Ork? Der da sitzt? Oder ist das eine Geisel? Oder ist das? Was ist das ähnlicher? und noch mal kurz was snacken und speichern mit der zeit werden die sich alle unterwerfen ja klar ich bin gerade dabei alle euch alle auszuschalten wer ist denn das? ach so das ist ein normaler ohrkrieger also elitekrieger natürlich muss ich jetzt beide anlocken hier gut dann nur der so bauch auch geschlitzt gehört sich auch so und den nächsten bitte wahrscheinlich wird der uns jetzt eher sehen so so und nochmal speichern dann versuchen wir mal den feldherren anzulocken so beziehungsweise warte mal was ist denn hier jetzt los ich bin sofort wieder da so und da bin ich wieder sorry für die unterbrechung wieder mal so den will ich jetzt den feldherrn so ja ja komm her wir kämpfen hier zerstören zerstören im lagen oder orcs außerhalb der barriere nice noch ein level up zählt das jetzt wirklich als zerstört? ich speichere das mal weil wir das jetzt erfüllt haben ok jetzt kommen die zu zweit so das können ja ja So, komm. Ja, nice. So. Okay, also außerhalb der Barriere zählten die auch auf jeden Fall dazu. Welcher Feld hatte der einen Namen gehabt? Der Feldherrn? Ne, der hieß einfach nur Feldherr, kann das sein? So, okay. Aber dann machen wir hier die auch erst mal klein. So. 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 Der ist jetzt auch hinüber. So. Da ist der Krieger. So. 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 Den Eisenhalm nehmen wir mit. Hab ich jetzt eigentlich wieder was permanentes. So. 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 Oh. So. So. Das speichern wir nochmal. Ah, da glaube ich. So, Elite Krieger. So, der wird uns gleich sehen, da hinten. Und dann wird der Armbrus auf uns losgehen. Äh, ja, jetzt hat er uns gesehen. So, kann ich den ein bisschen weiter hier locken? Jetzt kommen sie alle. So, aber jetzt. So, den haben wir erledigt. Wo seine Waffe? Da. Krusche Barock. So, da dürfen jetzt echt nicht mehr allzu viel üblich sein. Kann das sein? Ah, nein. Nicht wieder so einer. Vielleicht verstecke ich mich mal hinterm Baum. Die machen immer A-Pose. Oder A-Pose. So, noch ein bisschen Abstand gewinnen. Dann Etwas verschwenden. Wieder E-Pose. So, keine Force zum Waffewechsel für ihn. So. Auch wieder alles mitnehmen. Und dann nur noch die beiden da hinten, glaube ich. Das sind nur noch zwei. So. Haben wir. Krush Agash nehmen wir auch noch mal mit. Ne, das sind drei gewesen. Jetzt nur noch zwei. Ach komm, dann machen wir beide auf einmal hier. Ne, da ist noch einer. Oh. Da ist noch ein Zauberer. Ja, ich sag Zauberer. Das ist noch ein Zauberer rumlungert. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das halt speichern. Bevor wir da hingehen. Locken den noch mal hier hin. Hab ich dich endlich. Hab ich dich endlich. Der ist erledigt. Noch was speichern und dann jetzt den Zauberer erledigen. Also den Schamanen. Auch Schamanen. Der soll einmal bitte rauskommen. Nein! Ja! Alle erledigt. So. Ist das eine Flasche, die hier... Ich dachte schon. Alle erledigt. Perfekt. Und die haben hier einen Belia-Schrein aufgestellt. Und was haben wir hier? Ein Hanischkraut. So. Hier dürfen jetzt keine Orks mehr sein. Dann sind das nur noch die, die da drin sind. Ist jetzt nur die Frage. Können wir das Ding hier... die Barriere selber irgendwie wieder frei machen? Bevor wir mit Leader reingehen. Wir brauchen einen zweiten Ding nach... nach Vanguard. Nach Geldern. Fahring. Braga. Kapdun. Lago. Montera. Monterra. Morasul. Okara. Teleport zum Tempel von Bengard. Teleport zum Indus-Schrein im Kloster. Teleport nach Trelis. Silbenredok. Und Bakarish. Zum Tempel von Bengard. Wir haben nur einen. Wir brauchen zwei davon. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir mal in der nächsten Folge schauen, dass wir da einen zweiten kriegen. wenn wir da reingehen. So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Tschau. Chris, Satoshi. Bis zum nächsten Mal. Joachim. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Joachim. Vielen Dank.